Hallo meine Lieben, heute im magischen Spiegel eure Tagesenergie. Für heute den Montag, den 28.03.2016, hätten wir hier als Tageskarte die Acht der Stäbe. Die Acht der Stäbe ist eine Karte, die alles sehr flott macht. Also wenn irgendwas geklemmt hat, wenn es Blockaden gab, kann es gut sein, dass sich diese an diesem Tag auflösen. Außerdem steht diese Karte auch oft für gute Nachrichten, die ins Haus flattern können. Es kann auch sein, dass ihr einen Anruf bekommt, auf den ihr gewartet habt und alles heute einfach schneller geht als an anderen Tagen. Heute ist ja Feiertag, ich wünsche euch weiterhin schöne Ostern und wahrscheinlich genießt ihr vielleicht den Tag oder ihr fahrt ins Grüne. Das kann ja auch sein, dass ihr spontan eine kleine Fahrt macht oder irgendwie sowas. Das könnte auch sehr gut passen zu den Acht der Stäbe. Ja, ich danke euch und wünsche euch eine gute Zeit und danke fürs Liken, fürs Teilen, fürs Abonnieren. Wenn ihr eine persönliche Beratung haben möchtet, könnt ihr mich gerne anschreiben. Schreibt mich einfach an, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann können wir mal gucken, wie wir da zusammenkommen. Ich mache erweiterte Tagesauswahlen oder auch einfach Beratung, irgendwie so. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles � specialized, wir sehen uns vor allem. Tschüss. Danke,dem nat? Tschüss.